Willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Bro Stars mit mir. Heute muss es leider mal Bro Stars sein, denn ihr habt es im Titel gesehen. Das ist natürlich jetzt völliger Clickbait hier. Clash of Clans speckt im Moment total rum. Also man kann sich irgendwie nicht einloggen. Ich gucke jetzt gerade hier so rum auf meine Tablets. Überall habe ich das komische fiese Zeichen. Und komme einfach nicht rein, selbst am PC nicht. Also am Internet kann es nicht liegen. Ich habe es jetzt auch gerade bei jemandem auf Discord gesehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, machst halt irgendwas. Was? Nein, wir spielen natürlich ein bisschen Bro Stars. Und ich bin heute mal mit so einem Paar aus meiner Sippe hier unterwegs. Wir wollen Brolball spielen. Und mal sehen, ich habe jetzt eben schon mit dem King Carl zwei, drei Runden verloren. Mal sehen, ob das hier zu dritt jetzt ein bisschen besser wird. Mal schauen. Schauen wir mal. Okay, der Bro Ball hier. Ob das jetzt so der richtige Charakter für Brolball ist, weiß ich nicht. Aber mal gucken. Da muss ich mich, glaube ich, mal ein bisschen zurückhalten und so ein bisschen defensiver hier spielen. Ein wenig defensiver spielen hier. Also immer mal so ein bisschen Richtung Ball feuern, würde ich mal so sagen. Oh, oh, oh. Da kommt der Bull schon mal durch. Das ist nicht so schick. Und den müssen wir da weg machen. So, jetzt haben wir erst mal die Pille. Jetzt sorgen wir euch mal ein bisschen für Trouble. Jawohl, King Carl, ja, King. King Carl, geht doch. Ah, okay. Schade eigentlich. Ich hatte mich so auf Clash of Clans gefreut, weil ich euch natürlich zeigen wollte, wie wir in der Champions League gewinnen oder verlieren. Und wie wir uns diesmal in der Liga schlagen. Aber, naja, ich meine, hier schlagen wir uns ja auch einigermaßen. Oh, jetzt ist das da schon. Das ist immer scheiße, wenn das weg ist. Muss ich mal so sagen. So, wenn, wenn also die Kästen, die Kästen weggeballert werden, ist das nie gut. So, wir müssen aber den da weg machen. Den El Primo. Der El Primo muss da oben sterben, würde ich mal so sagen. Da ist er weg und da ist das unser Tor. Ah, nein. Shit, 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 shit. Ah, ja, ja. Es ist wieder so spannend. Zeit läuft uns fast davon. Und auch mit aller Macht müssen wir jetzt rauf. Gut, komm, den El Primo da weg machen. Ah, der geht halt. Der latscht dann auch so durch, so ein El Primo. Das ist sehr ärgerlich. Aber wir können hier gleich reinhauen, denn wir haben unsere Fähigkeit hier. Also ich gebe dann immer alles. Ich stürze mich voll Bull ins Getummel. Und mal sehen. Ich hoffe mal, dass ich mit meinen beiden Mitstreitern. Oh, ich habe den. Nein, ich bin am Ball vorbeigelaufen. Ich bin ein Held. Ich bin ein Held. Voll am Ball vorbeigelaufen. Zurück in 3, 2, 1. Oh, shit, 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 shit. Ich kann auch immer nur eins sagen, ne? Shit, shit, shit. So, jetzt habe ich aber den Ball. So, jetzt nochmal richtig Trouble hier machen. Aber die anderen haben, glaube ich, den Ball, oder? Oh, nee, es geht in die Verlängerung. Alter, scheiße. Und da ist der Bull. Okay. So, jetzt kann ich aber hier von hier hinten mal so ein bisschen Trouble machen. El Primo, komm. Komm, der El Primo da weg. Und den hier auch noch wegkriegen. Keine Chance gegen uns 3. Okay. Hat den Ball zurückgegeben. Jawohl, El hat das Tor gemacht. Oh, meine Herren. Okay, El hat das Tor gemacht. Wunderbar. Starspieler ist er auch. Mit seinem Frank. Mit seinem Frank. Okay, ja, mal gar nicht so schlecht. Hatte ich mich eigentlich schon so auf Clash of Clans gefreut. Aber ist natürlich auch nicht schlecht hier. Plus 5 Erfahrung. Und ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob die das nochmal spielen wollen. Muss ich mal eben schauen. Da schreibt jemand was. Auch Starmark ist auch drin. Also gar nicht mal schlecht. 1936 habe ich. Also ich bin immer noch auf dem Weg zu 2000. Denn ich habe in der Belagerung hier die Tage ohne Ende verloren. Kann ich euch sagen. Es war echt zum Kotzen. Ein Spiel nach dem anderen. Und wollen die nochmal Ballball spielen? Da schreibt gerade jemand was. Sauber, Jungs. Nur eine kurze Runde leider. Muss los. Okay, da können wir vielleicht das andere wieder spielen. Dann nehme ich aber jetzt auch mal. Ich glaube, ich nehme jetzt auch mal einen anderen Char. Duo Showdown. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist hier so für mich. Ja, ich bin noch dabei. Eine Runde, klar. Aber ich nehme jetzt auch mal El Primo. Und ich glaube, der passt so ein bisschen besser zu den kleinen Mädels hier. Na klar. Mach mal. Komm, hau rein. Wählt noch. Oh, jetzt wählt er doch noch einen anderen Roller aus. Na ja, mal gucken. Aber wie gesagt, ich habe hier in der Belagerung ganz, ganz viele Marken gelassen. Und habe mich dann jetzt wieder ein bisschen hochgekämpft über 1900. Also ich war so sauer. Ihr kennt das sicherlich. Dann machst du ein Spiel nach dem nächsten und verlässt es einfach mal extra. Verlässt es einfach mal extra. Und mal sehen, ob das hier auch. Zwei, zwei Tanks. Okay. Alter. Zwei Tanks, alles klar. Ja, 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 ja. Zwei Tanks mit so kurzer Reichweite ist natürlich ein bisschen doof. Obwohl, wenn der ganz so gut zerstört, dann kommen wir vielleicht von hinten da ein bisschen besser rein. Okay, aber der gibt schon mal da unten nicht auf. Oh, das ist der Heiler. Wahrscheinlich der dazugehörige Heiler. Okay. Oh, da ist die. Da ist ausgerechnet die. Alter, der läuft uns da die ganze Zeit hinterher und macht uns. Und gibt uns hier einen Schaden nach dem nächsten. Oh, die Jenny da. Oh, die Jenny. Ja, das wird also mit Karl und mir wird das mal gar nichts hier. Jetzt haben wir schon wieder minus fünf verloren. Eben haben wir jetzt gerade so ein paar gewonnen. Mit dem Karl hier werde ich nicht wirklich warm. Also zwei Tanks hier, Karl, das ist glaube ich auch nicht so gut. Jetzt nimmt er den. Oh, das ist doch auch scheiße. Der hat zwar eine coole Reichweite, aber der rollt mir dann immer davon. Dann, da muss ich dann, da muss ich einfach was anderes nehmen. So, nehmen wir mal den Colt. Denn irgendwas müssen wir haben, so ein bisschen, was auch ein bisschen mehr, mehr PS und ein bisschen mehr Schaden macht, habe ich so ein bisschen das Gefühl. So, wo sind denn die Tonnen hier? Da sind die Tonnen. Also die Geschenke, wo die kleinen Juwis drin sind. Er hat schon mal eins. Und so, wo gehen die beiden hin? Oh, das ist also ein ganz, ganz ähnliches Pärchen hier. Ähm, im Solo, Solo-Camping übrigens immer in den Büschen hier. Und so habe ich mich auch mal wieder hier so ein bisschen hochgemogelt. Und der Karl geht allerdings auch voll hier rein. Okay, das sind hier Heilkreise, glaube ich. Da kann man so ein bisschen rein. Aber die gehen wieder weg, habe ich jetzt gelesen heute Abend. Wenn zwei Leute da drin sind, dann bringt das leider nichts. Also das ist immer nur so ein bisschen für einbestimmt hier. So, wo sind denn die anderen? Jetzt kämmt der hier mit mir. Jetzt kämmt der einfach mal mit mir, okay. Oh, ja, 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 ja. Den habe ich jetzt etwas übersehen. Oh, da habe ich zwar einen geschafft, aber ich glaube, ich kriege... Ah, ne, da unten sind die. Das ist ein bisschen doof. Die bekämpfen sich da so ein bisschen. Ja, das... Ich muss auf ihn warten. Ich kann mir die beiden Sachen da nicht holen. Das ist blöde. Da schmeißt jetzt schon wieder jemand. Was, glaube ich? Ah, da sind die. Ah, ja, 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 ja. Ah, schon wieder. Verdammte Eier-Axt. Nein, jetzt kriege ich sie nicht. Jetzt kriege ich diese Staubsauger-Vertreterin nicht hier. Oh, okay. Zwei Teams sind nur noch über. Und jetzt hatte ich sogar hier kurzfristig das Zeichen. Mal sehen, ob das nicht gleich bei Clash of Clans wieder funktioniert. Okay, verlassen. Und ich glaube, ich kann jetzt aber eine Truhe öffnen, oder? Ja, ich kann eine Truhe aufmachen. Ah, ihr seht das gerade an der 1 hier. Das mache ich auch. Mal gucken. Ein paar Münzen. Also, ich habe in letzter Zeit überhaupt nichts Nettes gezogen. Nach wie vor kein einziger Brawler. Und ich möchte ja ganz gerne die 2000, dass ich wenigstens den Dynamite bekomme. Oh, wir kriegen wenigstens ein Boni hier. Okay, ein, oh, Wahnsinn, ein Sticker. Naja. Egal. Was hat er geschrieben? Muss dann auch mal. Hau rein. Jo, tschüssi, Kowski. Ja, tolle Wurst. Jetzt verlassen sie mich alle. Okay. Aber ich habe noch den Tresorraub hier zu machen. Oh, den nehmen wir nochmal mit dem Colt mit. Ist, glaube ich, kein Thema. Also, heute mussten wir einfach mal ein bisschen improvisieren. Denn ich wollte euch auf jeden Fall Donnerstag eine Folge schenken. Aber dass es natürlich jetzt ausgerechnet nicht Clash of Clans wurde, ist sicherlich ein bisschen schade. Aber was willst du machen? So, hier können wir schon mal so ein bisschen durch. Jetzt muss ich nur treffen können. Oh, die haben auch einen Colt dabei. Okay. Trifft man das von hier? Jo, das trifft man sogar von hier. Aber die anderen machen, die anderen machen auch Schaden an. Ach, ne, wir haben, wir sind ja die Blauen und die anderen sind die Roten. Okay. Was macht denn die Penny da unten? Ah, okay, die kämpft, die kämpft da rum, die Penny. Und die Jenny hat es auf jeden Fall gerissen hier. Der Colt reißt es hier hoffentlich nicht. Ah, okay, der Colt ist auch weg. Aber hier unten geht der, geht der Poco. Poco ist es, glaube ich, heißt der Poco? Ja, ich glaube, er heißt Poco. Ich habe ihn schon länger nicht mehr gespielt, weil den kann ich, das ist auch einer, den kann ich auch nicht so wirklich. Und, oh, jetzt kriege ich auch hier das Zeichen ein. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen, glaube ich, an den Supercell-Servern liegt hier. Und nicht irgendwo, also an meinem Internet kann es nicht liegen. Ich kann surfen, ich kann andere Streams gucken. Nur ich kann nicht Clash of Clans spielen, leider. Aber wir haben hier noch 17%, 8%, kaum 5%, das ist höchstens noch zweimal auf das Ding geballert. Jawohl, haben wir gepackt. Super, 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 super. Hey, weiter. Also haben wir jetzt wenigstens hier so ein paar Marken wieder. Oh, ich starke Marker auch gekriegt. Jawohl. Und, ja, verlassen wir eben mal kurz. So, was haben wir jetzt auf dem Tacho? Ja, da haben wir 1937. Und, auch hier mache ich eigentlich keine Gefangenen. Ja, was können wir denn eigentlich noch machen? Oh, wir können das, den Showdown hier. Okay, ich nehme den Showdown mal Solo. Mal sehen, die eine Star-Marke. Dann haben wir uns hier alle vier Marken heute mal reingespielt. Nehmen wir mal die Penny hier. Mal sehen, wie ich mich jetzt so als Gebüsch-Verstöcker schlage. Oh, Käse. Die hat ja auch eine, ah, die hat, ah, die hat eine gute, eine gute Durchschlagskraft. Aber die Reichweite ist auch nicht ganz so prall. Zack, zack, komm. Ah, jetzt muss ich da schon so oft drauf rumhämmern. Okay. Ähm, ja, das ist ganz gut. Dann nehmen wir das auch mal mit. Also, wie gesagt, ich campe hier und, und sehe immer zu, dass ich, dass ich hier wenigstens ein, zwei von denen hier mitnehme. So, mal so ein bisschen von, oh, immer noch zehn Brawler und ich habe das Zeichen. Geil. Immer noch zehn Brawler und ich habe das Zeichen. Das ist natürlich super. So, die bekriegen sich das schon mal. Alter, die hat, habt ihr das gesehen, wenn die schießt, ey. Boah. Brutal, das ist ein Heilkreis, komm. Den haben wir, den haben wir, ah, okay, wir sind auf jeden Fall nicht, wir sind auf jeden Fall nicht letzter geworden. Das ist, das ist schon mal nicht schlecht, aber, okay, null können wir mit leben. Mit null können wir leben, können wir auf jeden Fall nochmal machen. Sonst hätte ich jetzt auf, sonst hätte ich jetzt aufgehört, also bei minus fünf nochmal jetzt oder sowas, dann hätte ich jetzt aufgehört. Aber ich glaube, minus fünf kann ich mit der gar nicht kriegen, außer ich werde, ich werde irgendwo letzter oder so. Also, checken wir das nochmal. Oh, 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 oh. Das ist schon wieder doof da. Ich habe, ich habe immer Schiss vor anderen, vor anderen, ähm, vor anderen Brawlern. Oh, nein. Oh, ich habe die gepackt. Ich lege hier sowas von durch, aber ich habe die gepackt. Das ist echt der Klopfer, ey. Oh, komm, verstecken, komm, verstecken. Wo ist das nächste Gras? Hier ist das nächste Gras. Oh, 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 oh. Oh, da ist ein Steine-Schmeißer, das ist auch blöd. Also, so ein, ähm, so ein Dynamite. Oh, ich komme hier nicht wirklich weg. Besiegt. Okay, wir sind übrige Brawler, noch sieben Stück. Also, das Einfachste ist, glaube ich, ich verstecke mich einfach so ein bisschen. Und, ähm, naja. Egal. Na, Minus 2, das war es jetzt für mich. Ich glaube, wir haben, jetzt müsste ich mir den Anfang des Videos angucken. Ich glaube, wir haben exakt wieder mal die gleichen Marken. Also, mal wieder ein Plus-Minus-Geschäft. Hier 19, 35. Okay, ein Minus-Geschäft. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, so ein bisschen mit mir bewusst zu spielen. Ich checke jetzt noch mal Clash of Clans. Aber ich denke mal, es wird nicht funktionieren. Ich versuche es gerade noch mal zu laden. Aber ich glaube, ich kriege auf keinen meiner Geräte Verbindung. Ich will mal schauen auf den Tabby. Ne, hier lädt einfach nichts durch. Weder am PC, da bin ich ja am Kabel, noch am Wireless-Laden. Aber hier funktioniert es ganz gut. Und ich kann, wie gesagt, alle anderen Streams gucken. Aber ich habe es jetzt eben auf Discord auch gelesen. Es haben wohl andere auch das Problem. Ich hoffe, wir sehen uns trotzdem mit ein paar folgenden Clash of Clans in dieser Woche noch wieder. Vielleicht auch mit einem Livestream. Schauen wir mal. Haut rein, bis dahin, euer Thorsten rollt. Haha.